... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Wichtige Gäste aus deinem Ausland. Ich schaue es als YouTuber an. Ja, aber einer ist hängen geblieben. Zwangsweise. Zwangsweise. Ich habe dir extra ein Gedicht geschrieben. Ich wollte deine Erinnerung. Also da dann heute. Heute sind da die Helga und der Suri. Du hast mir gesagt, du dolmetschst dich. Der Suri lebt in Kanada und in Österreich und wird einfach jetzt generell über Frieden was erzählen. Guten Abend. Ich muss auf Englisch sprechen, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Und ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin mit so einer Gruppe von Leuten, die interessiert sind in Frieden. Vielleicht kommen viele von uns von verschiedenen Aspekten, von Frieden. Vor ein paar Tausend Jahren gab es ein Gedicht in Indien über Frieden. Es sagt, als alle Flüsse schließlich zum Ozean führen, so gehen alle guten Bemühungen zum selben Ort. Viele verschiedene Methoden. Aber das Ziel ist das gleiche. So, this is what I am finding. Yesterday I was in a conference, where many high-level people were meeting in Vienna. A few of them had just come from Moldova, where there was a very big international peace conference. Einige von ihnen waren gerade auf einer Konferenz in Moldawien, bei einer großen Friedenskonferenz. Many leaders from different countries were there. Viele Führungspersönlichkeiten von verschiedenen Ländern waren dort. They were sincerely discussing about how to bring peace to that whole region. Sie haben ganz ernsthaft darüber diskutiert, wie man Frieden in die ganze Region bringen könnte. Including Syria, including Ukraine, including Syrien, Ukraine, etc. And there was also a very high-level person from Sarajevo. He talked about peace in this area. Auch ein sehr hochgestellter Mann aus Serbien war dort, oder aus Bosnien. Ja, Bosnien. Der gesprochen hat über Frieden in seinem Leben. Just four days ago, there was a very big peace conference in Barcelona. Und vor gerade vier Tagen war eine ganz große Friedenskonferenz in Barcelona. There were quite a few thousand people there. Wo einige tausend Leute dabei waren. Wir hatten die Gelegenheit dabei zu sein. Und wir hatten die Gelegenheit dabei zu sein. Und ein Mann namens Prem Rawat hat darüber gesprochen, wie man Frieden bringen könnte. Und es wurde ihm von vielen verschiedenen Organisationen der Ehrentitel Friedensbotschafter verliehen. Aber einige Leute in der gestrigen Konferenz haben das Gefühl gehabt. Werden unsere Bemühungen genug sein, groß genug sein, damit alle die anderen, die kämpfen wollen, sie auch hören. Und er hat gesagt, ich möchte, dass ihr diese Linie kürzer macht. Aber ohne sie zu berühren oder ohne sie auszuradieren. Es war eine lange Linie. Alle Leute herum haben gesagt, es ist nicht möglich, sie kürzer zu machen. Ohne sie wegzuradieren. Nur eine Person, die sehr klar darüber war, sagte, ich kann sie kürzer machen. Er hat eine große Schreibwerkzeug genommen und hat eine ganz viel längere Linie daneben gemacht. Schau, jetzt ist deine Linie kürzer geworden. Also Prem Rawat oft sagt, wenn die Menschen, die Frieden wollen, ihre Sprache wird lauter und lauter und lauter, dann werden die anderen Stimmen leiser werden. Das ist genau das, was die anderen auch gesprochen haben. Einer von ihnen sagte, die Leute sitzen zu Hause und sie lieben nicht, was passiert ist, aber sie sitzen zu Hause. Die Leute, gestern hat einer gesagt, die Leute sitzen einfach zu Hause und sie wollen nichts, dass was passiert, aber sie sitzen trotzdem nur zu Hause. Sie müssen hinausgehen. Eins, was er sagte, ist, das wichtigste dabei ist, die persönliche Stärke zu haben. Denn, wenn ich nicht stark und erfüllt bin, innerlich bin, meine Stärke wird in kürzester Zeit sein. Dann wird es nur darum gehen, dass Köpfe gegen Köpfe kämpfen. Ich muss von einer sehr tiefen inneren Stärke kommen. Und das ist dort, wo der Frieden ist. Es ist manchmal gesagt, dass all die Kriege passieren in den Köpfen der Leute. Sie denken und planen und entscheiden sich für das Kämpfen. Aber der Frieden muss vom Herzen kommen. Das Herz ist oft so ruhig. Wir müssen lernen, es mehr zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte nur diese Dinge erwähnen. Es muss beginnen vom Herzen von jedem einzelnen Mensch. Von dort wird es weiter und weiter gehen. Also, wenn ich weiß, dass der Frieden immer in mir ist, Ich muss wirklich damit in Berührung kommen und von diesem Ort kommen. Eine Person, die ich sehr lange kenne, eine Person, die ich schon sehr lange kenne, Er ist so sehr mit diesem Frieden im Inneren verbunden. Er sagt, wo immer ich hingehe, sehe ich nur Frieden. Ich sehe sonst nichts. Und er sagt auch, dass alle die Menschen die Menschlichkeit in sich haben. Aber wir werden davon separiert. Und wenn die Leute wissen, dass es einen Weg gibt, sich damit zu verbinden mit dem Frieden, dann werden sie nie für Krieg gehen. Das ist auch meine Erfahrung. Frieden ist sehr, etwas, was sehr Freude macht. Sehr angenehm. Sehr liebevoll. Wenn ich es fühle, es gibt keine Fieber in mir, die in die Tension kommen möchte. Und diese Möglichkeit existiert für uns. Diese Möglichkeit existiert für alle von uns. Meine Bitte an alle von uns, mich eingeschlossen ist, es möglich zu machen, diesen inneren Teil in uns zu finden, der von Frieden, von Volk ist. Ich möchte diese Punkte, das ist alles. Es muss von tief innen kommen. Und finden, welchen Weg auch immer man finden kann, sollte man finden, um diesen wirklichen Frieden im Inneren zu finden. Gestern habe ich an eine kleine Sache gedacht. Die Leute sagen, was ist das Ergebnis von all diesen Dingen. In Englisch, es ist das Ergebnis von all diesen Dingen. Englisch-Outcome. Aber erstens muss es sein, dass es in den Income kommt. Und dann, von dort, kann nur die Ausgaben passieren. Zuerst geht es darum, nach innen zu gehen, und dann erst kann etwas herauskommen. Ich bin sehr glücklich, dass wir alle uns für den Frieden interessieren, auf welche Weise immer. Ich hoffe, dass es weiter und weiter geht und mehr und mehr von diesen Stimmen laut werden. Eine der Personen, die mich inspiriert, ist ein Mann namens Prem Rawat. Ich habe ihm schon seit einigen Jahren zugehört. Er sagt, bitte finden Sie die Stärke, ob innen, auf welche Weise, ob innen. Und seit ich das mache, finde ich, dass es sehr viel Stärke gibt. Es ist die größte Freude, mit Leuten zu sein, die Frieden lieben. Es ist so, als ob der Frieden im Inneren den Frieden in den Anderen liebt. Wenn ich von diesem Frieden entfernt bin, in dieser Leere, da kommt dann Hass. Wenn ich von dieser Liebe im Inneren entfernt bin, wenn ich von dieser Liebe im Inneren entfernt bin, da kommt Hass. Also ich glaube, man muss zuerst selbst erfüllt sein. Und lass es die automatische Natur von mir sein, überfließen. Das ist das, was ich finde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.